Escher-Modell 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 Ja, das ist ganz gut So, wo sprengen wir den Fünften? Das ist die Frage Äh Ich erhöhe mal die Release Rate Äh Äh Nein Ja, okay Nochmal Juhu Nochmal Yay Nochmal 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 So, ich hab den jetzt mal von hier oben aus springen lassen Aber das war ein Fehler Ah Ich hasse Fehler Ich hasse Fehler Mal gucken, ob das besser ist Ich hoffe, dass es besser ist Ja, es ist ganz gut Ja, das ist doch ganz gut Und jetzt den einfach noch hier Meine Güte Es ist gar nicht so schwer Nochmal Aber Ich hab mich ein bisschen doof angestellt Oh, oh 1 Minute 10 Schaffen es alle? Ich weiß es nicht Ich bin mal wieder sehr pessimistisch Also Von hier so Im Zickzacklaufen Und dann ins Ziel innerhalb von einer Minute So schwer kann das nicht sein Ich muss da auch das Grüppchen hinkriegen Ah, ich denke, das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Ja, alles klar Also Manchmal schafft man es beim ersten Versuch Manchmal auch erst beim zehnten Ich hab es jetzt erst beim Ich glaub, siebenmal hab ich es gemacht Ein paar Mal habt ihr es gar nicht gesehen Weil ich Doof war Okay Auf zum nächsten Ah, sind wir schon hier angelangt Das ist ja interessant Und Oh nein Wir sind bei Pachelbils Kanon Ist ja doof Also Wir wollen hier Erstmal eine Brücke bauen Das reicht erstmal Ähm So Und dann bauen wir noch eine Und benutzen anschließend Ah, ich würd mal sagen Hier ist gut ein Blocker Und dann lassen wir den ersten Hier Zum Spinnennetz bauen Und der schwierigste Teil An dieser ganzen Geschichte Ist Äh Ihr werdet gleich sehen Was der schwierigste Teil An der ganzen Geschichte ist Ah Es ist alle in die Luft zu jagen Weil ich wieder statt F11 Pause F12 Armageddon drücke Yeah So So sieht jetzt meine Konstruktion aus Äh Jetzt müssen wir ganz gut Auf die Pausenknöpfe achten Denn sobald er sich hier durchbasht Äh Machen wir es hier auch so Hops Dass er sich hier durchbasht Und dann hier Oh oh Na umdrehen Nochmal Ah Nein Ah Ich krieg ihn nicht Ich krieg ihn hier nicht Ich muss ihn hier kriegen Jawohl So wollen wir es haben Und anschließend Hier durch Und dann hier durch Und hier durch Und dann Ähm Lassen wir ihn erstmal laufen Wir lassen ihn mal erstmal die Arbeit machen Was ich sagen wollte ist Das Schwierige ist Aber ich hab das jetzt ja hier wieder Gemacht Dass ich die Brücke durchgegangen hab Dass da ein paar Lemmings hier reinfallen Und die hier rausgraben Ist schwierig Aber jetzt haben wir einen alleine Der erstmal diesen ganzen langen Weg Hier lang gehen wird Und den Weg für die Lemmings freimachen wird Ähm Ja Also warten wir bis der Einsame Retter Bei diesem Spinnennetz angekommen ist So da ist er Ich hab die Gruppe da hinten schon mal gerettet Weil hier geht's nicht darum Irgendwas zu bauen Sondern es geht hier einfach nur ums Bäschen Oh das war knapp Achtet mal Da ist so ein kleines Fitzelchen übrig geblieben Was machst du denn? Okay der gräbt jetzt durchs ganze Spinnennetz durch Das will mir nicht so ganz gefallen Okay hier hat er auf Sehr gut Und jetzt läuft er hier durch Und pow Das war's Das war's Wir können die Release Rate erhöhen Und äh Ja Das war das ganze Ja wir haben es ein bisschen spät erhöht Haha Nur die letzten zwei Lemmings sind mit der Release Rate von 99 Äh Aus dem Schachtel Komm wir jagen die beiden in die Luft Und warten dann bis die ganze Truppe Hier angekommen ist Und da ist der Rest vom Trupp Puh das ist mein Level Leute Puh puh Da kann es schon abgehen Ähm Als erstes werden wir mal einen Climber machen Äh Der hier anfangen wird zu bauen Was ist jetzt die Schwierigkeit an diesem Level? Nun ich denke ihr könnt es euch erahnen Wir müssen die Lemmings so platzieren Dass sie ins In den Ausgang fallen Oder knapp daneben Ähm Denn sonst werden sie geröstet Das wollen wir natürlich nicht Ähm Es sind nur 20 Lemmings Aber trotzdem müssen wir alle retten Also Werden wir unser Bestes geben Äh Diesen Lemming hier zu retten Wir werden mal gucken Wenn er hier so angekommen ist Ja Das sollte gut Sein Abhacken Und Pau Sehr gut Jetzt nur noch Ein Lemming Los schicken Um Äh Den Trupp zu retten Dazu Äh Einfach hier kurz graben Gegenbauen Und anschließend Wenn er sich umdreht Anfangen zu minen Das ist alles Jetzt ist die Zeit natürlich ein bisschen knapp Aber ich denke dass das was wird Insofern der hier rechtzeitig meint Ähm Und Ich denke das ist hoch genug Da kann er den Rest rausbäschen Und alle Lemmings laufen ins Ziel Ja Präzision ist hier gefragt Der Lemming wird ganz kurz hier hochklettern Kommt natürlich nicht ganz hoch Und dann schaffen es alle Lemmings in den Ausgang Uh Guck Da fallen sie In den Ausgang Das werden wir noch mal Mindestens einmal noch mal so machen Oh yeah Und kaum spreche ich davon Dass wir diese Variante des Lemmings rettens Noch mal machen werden Schon sind wir in dem Level In dem wir dieses Diese Variante noch mal machen werden Haha Sehr witzig Ja Wir werden unsere Lemmings auf eine ganz spezielle Art und Weise retten Und wie Das werde ich euch gleich zeigen Aber als erstes bauen wir hier mal hoch Und Uh Das war knapp Aber So Zack Umdrehen Und Hochbauen Als nächstes Drücke ich wieder Armageddon Das passiert mir immer wieder in letzter Zeit Was ist da nur los mit mir Ich habe keine Ahnung was mit mir los ist Aber ich drücke immer wieder Armageddon Naja So So Wie werden wir diese Level also speziell retten Nun Einer wird es tun Er wird Hier Graben Oh ja Er wird graben Ähm Was ist da eigentlich reichen Das ist da nicht cool wie fallen Und würden eigentlich zerschlitzen Aber kommen in den Ausgang Wir werden in wenigen Sekunden sehen Das ist so scheiße Damit haben wir noch eine ganz gute Sache hier erledigt Was wir jetzt noch machen müssen ist Dieses Loch hier stopfen Nein Das kommt jetzt nicht von mir So Wir können jetzt also vier Lemmings runterfallen lassen Also Einer Zwei Drei Und das war's Jetzt haben wir noch zwölf Bilder Um hier hochzubauen Und das ist scheiße Das sag ich euch So Ja Sehr gut Zwölf Bilder Um Im Zickzack Hier nach oben zu bauen Ich denke Irgendwie Kriegen wir das schon hin Irgendwie wird's schon gehen Die Frage ist nur wie Oh nein Ich hab zu spät gebaut Wie wird sich den Kopf anschlagen Oh ja Scheiße Naja Das Werden wir sehen Ob's am Ende reicht Ich hoffe es mal Der Horror hat gleich ein Ende Gleich hat der Horror Wenn ihr wisstet Wie oft ich hier neu starten musste Weil hier fünf Lemmings statt vier gestorben sind Aber das mit den Brücken Hat ganz gut hingehauen Am Ende Wie gesagt Hatte ich noch Ja ich hatte zwölf Brücken Weil ich hier ein bisschen mehr gemacht hab Zur Sicherheit Und Wie ihr seht Zwölf Brücken reichen komplett aus Um hier hoch zu kommen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Sehen elf Zwölf Und schon sind alle Lemmings Sicher oben angekommen Naja Vier sind gestorben Aber vier dürfen wir auch sterben lassen Puh Auf meiner Outer City Audioaufnahme Die ich ja Durchgehend Laufen lasse Sind jetzt 34 Minuten Angezeigt Das ist Ungefähr die Zeit Wenn man die Ja sagen wir mal Zehn Minuten Vor diesem Level Abrechnet Also ungefähr 24 Minuten Habe ich mit diesem Level verbracht Ich hab's endlich hinter mir Es ist ein beschissenes Level Ich hasse es Beim nächsten Mal wird's Hoffentlich wieder Amüsanter Vonstatten gehen Ähm Und bis dahin Würde ich mal sagen Während der letzte Trupp Endlich das Ziel erreicht Macht es gut Puh Und hau es rein